Und da sind auch tatsächlich noch viele erstaunt, weil du, die halten dich alle für total dumm, aber du bist eigentlich gar nicht so dumm. Guten Tag, ich würde gerne wissen, wozu hell ist GTA 6? Ich warte immer noch auf GTA 6 seit 8 Jahren. GTA 6, da warte ich da vor. Ich habe mich erschrocken. GTA 6, ich habe keine Ahnung, da müssen es ja irgendwann, das liegt doch nicht an mir, das müssen wir in die Programme. Aber GTA 6 ist doch ein Computerspiel, oder nicht? Genau, GTA 6. Kenn ich nicht. Die setzen am besten ein Zeichen, einmal in die Kamera schreien, wo ist GTA 6? Nee, das brauche ich nicht, weil ich habe ja 5 noch nicht mal durch. Ja, wird irgendwann mal. Irgendwann mal. Ja. Wurde der jetzt von Take 2 bezahlt, wer macht das Spiel? Wo waren wir stehen geblieben?